Wir machen nichts anderes, als das Programm zu verlängern. Dieser Verlängerungsantrag war ja schon im Dezember da. Damals wollte die alte griechische Regierung nur zwei Monate verlängern und nicht, wie zunächst vorgesehen war, vier oder sechs Monate. Jetzt verlängern wir dieses Programm. Inhaltlich wird an dem Programm nichts verändert. Es ist auch nicht, wie in einigen Medien gestern formuliert wurde, jetzt kann wieder Geld fließen, so nach dem Motto, der Deutsche Bundestag beschließt wieder Milliardenausgaben. Stimmt gar nicht. Wir beschließen nur die Weitergeltung des Programms. Und ob dann das bereits ja bewilligte Geld, die 1,8 Milliarden Euro beispielsweise, als weitere Tranche wirklich fließen können, das entscheidet der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Und dafür ist notwendig, dass man beurteilen kann, ob die Programmauflagen auch erfüllt werden und ob es wahrscheinlich ist, dass die Ziele erreicht werden. Und dafür musste die Regierung jetzt mal vorlegen aus Griechenland, was sie vorhat. Und das geschieht nun und das wird dann auch beurteilt. Aber wir führen nur das Programm fort. Wir beschließen nicht über die Ausgaben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.